Grüß euch, ich habe jetzt da ein Glas Säcklo. Ich muss jetzt ein Auto fahren und deswegen denke ich das Glas noch aus. Und mehr als zwei Glas geht nicht. Und was mache ich? Ich nehme uns ein Leo-Hillinger Säckloverschluss und gebe den dann drauf. Und dann hält das noch zweitab die Kühlensäure. Das ist sehr wichtig, rein in den Kühlschrank und zweitab da hast du dann Kühlensäure. Ihr müsst einmal auf, da drauf drücken und praktisch dann das wieder runter geben. Also nochmal drauf und dann da drücken und dann aufmachen.